Yo Leute, was geht ab? Hier ist CoRenChanTV mit einem nächsten Part, der Wolfenstein, der New Order. Ich wollte es nicht sagen, nur der New Order. Leider habe ich ein Gespräch gehabt mit meiner Freundin. Ja, das war's. Merke durch den Stand. Ach. Geht die Appel! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, dann geh mal, mein Freund Hey, ich öffne jetzt die Tore, Herr Blazkowicz Beschützen Sie sie, Herr Blazkowicz Ich bin natürlich die Supermaschine hier Ja, ich bin natürlich die Tore, Herr Blazkowicz Ich bin natürlich die Tore, Herr Blazkowicz Ich bin natürlich die Tore, Herr Blazkowicz Oh Mann, der mich riese, was soll das? Ja, ja. Ja, ja. Oh, der Alde ist durchgeknallt. Aber ich habe möglicherweise den Nutzen ihrer abartigen Physisch unterschätzt, Herr Blazkowitsch. Dati-Schutt, sagen Sie es mir. Wir sind hier. Die Dati-Schutt sind eine uralte mystische Gruppierung. Über die Tausende war absolute Geheimhaltung unser oberstes Gebot. Was wollen Sie tun? Beten, oder? Nein, nein, mein Kind. Wir beten nicht. Wir erfinden Dinge. Verstehen Sie? Die Technologie, die die Dati-Schutt entwickelt haben, ist allem, was Sie jemals gesehen oder sich vorstellen können, um Jahrhunderte voraus und hochgefährlich in den Falsch nähen. Das Regime hat unser Versteck gefunden, unsere Geheimnisse gestohlen und damit den Krieg gewonnen. Alles, was Sie erreicht haben, einfach alles, basiert auf unserem Wissen. Aber es gibt nicht nur ein Versteck. Wir haben hunderte davon an den geheimsten Orten auf der Welt. Hunderte. Manche klein und provisorisch, wie das vom Regime entdeckte. andere groß und bis oben hin vollgestopft mit Wissen. Unglaublichen Erfindungen. Dingen, die Ihnen wie Magie vorkommen würden. Nun, ich kann Sie an einen solchen Ort führen, aber es wird nicht leicht. Was brauchen wir? Das Versteck, das ich meine, liegt tief im Atlantik. Wir brauchen ein U-Boot, das extrem tief tauchen kann, das ist alles. Ein Gottverdammtes U-Boot des Regimes stehlen? Das wollen Sie? Sind Sie völlig übergeschnappt? Ich weiß, wo wir eins herbekommen. Aber damit es klappt, muss das Ding hier funktionieren. Legen Sie das hin? Madame, ich bin ein Ingenieur, der Darty schut. So was kann ich ihm schlagen. Gut. Wir bräuchten daran auch noch ein paar zusätzliche Modifikationen. Ich werde die Details für Sie notieren. Blaskowich, Sie helfen ihm dabei, ja? Bevor wir das auch machen. Gebe ich dir sofort. Wo sind die ganzen Spielzeuge, die ich hier gefunden habe, du Idiot? Fokus auf der Schweißgeleid. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob das weitergeht auf das Level, oder? Nee. Man kommt immer wieder in dasselbe Level rein. Ich wollte ihn dann. Dann machen wir das mal auf dem schnellen Weg hier durch. Ich habe gedacht, man kann ja... Ich habe gedacht, es gibt ja nochmal ein Level. Ey, du das! Du! 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 Und ich babbel locations. Okay, wir sie Anyway. Du. Wir wollen jetzt noch mal beworben werden es gab. Bemervoll. Genau, wir graben können dir mal Gracias zu uns macheln. Spielen wir es halt zweimal. Ist doch ganz lustig, das Spiel, oder nicht? Könnt man schon hundertmal spielen, oder ne? Stimmt denken die. Stimmt denken die Idioten, was mache ich eigentlich da? Ihr Idioten denkt eigentlich bestimmt so. Ja, guck mal, was machen die, oder? Spiel schon wieder, das Scheiß-Drecks-Game. Aua. Du Wann, ey, das zieht schon gar einiges, ey. Die Karte kann man ja nicht aktivieren. Wann verbrauchen denn eigentlich 8000 Helme, ey? Ach, verpiss dich. Keine Lust auf dich, du Lack. Knap, knap, ey. Ist das Leben? Nee. Feuer! Let's go! Oh nein, Feuer! Das war das, wo ich das befürchtet hatte. Ja. Oh, 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 oh. Hier war ja keiner. Was soll's? Hier war einer. Auch nicht. Hä? Jetzt machen wir so einen kleinen Spaß draus. Hä? 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 Okay, mehr hat das Spiel nicht Weg zu bringen, also müssen wir es danach auch nicht mehr spielen. Aber es ist einfach eine Langeweile nochmal gespielt, Bros. Max hasst? Max hasst? Noch ist es? Jemand hat Hubschauer-Technik geparkt. 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 Jetzt haben wir eine Kampfmaschine geschaffen. Um ehrlich zu sein, wollten wir das ja gar nicht, aber... Morgs Haus? Willst du alles wegfuttern oder was? Du Ferkelchen! 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 Ja, jetzt auf einmal die Klappe halten hier, ne? Was weiß ich, wo die ihren Ring hat? Sie hören mich an und erwarten Antworten, was? Ich habe Antworten, Sie Affe! Wichtige, bedeutende Antworten! Keine davon würde Ihnen gefallen. Die meisten würden Sie nur dazu bringen, wie ein Sorgling zu strampeln und sich zu ergeben. Die Frau hat definitiv ein Rissenplätzchen. Und das nicht nur ein. Ach, da kommt man auch nicht hoch. Gut, dann ähm... Wo könnte der Ring wohl sein? Sieht aus wie ein Hubschrauberteil. Vielleicht wird dafür das Schweißgerät benötigt. Das geht ab, Rose! Wir müssen mal rumgucken, ha? Das kann ich auch. Eierkraulen ist das Beste. Wo ist der, der dummer Scheißring bitte? Wenn wir ein U-Boot des Regimes stehlen wollen, muss Set das Ding auf dem Tisch unbedingt... Jaaa, ich weiß, doll. Na gut, äh, wir machen hier kurz einen Schnittgarten und sobald ich den Ring gefunden habe, dann starten wir weiter den...